hallo und herzlich willkommen ich bin der lautschmann und ich begrüße euch recht herzlich bei einem jahr soll man sagen 9 let's play ja eigentlich schon und zwar schauen wir uns heute die bette von star wars battlefront an jawohl endlich ist sie da die open betta ja für manche aber manche war sie ja noch closed sofern sie nicht star wars battlefront vorbestellt haben ich war einer der es schon über mich nicht vorbestellt hat aber jetzt natürlich vorbestellt hat das ist ja logisch und jetzt natürlich wo sie oben ist die bett habe ich mir gedacht schaue ich mir doch mal direkt an was hier alles so geht wir sehen direkt wir haben hier einmal multiplayer und einmal missions und wo sind wir jetzt hier gelandet unlock equip and customize nehmen wollen ja spielen hier und da soll man es die settings erstmal anschauen nehmen den settings will ich euch eigentlich nicht langweilen vor allen dingen wird bei der beta da noch nicht so viel tolle sachen sein ja gehen wir erst mal in missions missions can be played alone or with a friend ja da freuen wir uns sehr drauf learn about the game battle your friend or complete thrilling co-operative challenges okay be among the first get the latest on ea bla 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 blub und weiter geht's aha training können wir hier nicht machen das noch not available in the battle genauso wie battles wir können only survival machen jetzt reden schon denglisch schön oder so jetzt schauen wir mal das geht auch nicht das geht auch nicht also uns wird eigentlich nur so bei will tatooine praktisch angeboten okay machen wir doch direkt mission brief blablabla will ich euch gar nicht mit langweilen partner haben wir jetzt leider nicht da wir können es auch nur auf normal spielen ich würde gern master machen aber egal wurscht mama single player alles klar so schauen wir doch direkt mal was hier abgeht ich bin gespannt ich freue mich so drauf im november ist ja schon soweit dann kommt auch noch im dezember der film bevor so weg ins glaube ich heißt ja das wird so geil ich bin so gehypt ich freue mich drauf so und jetzt wenn der ladebildschirm mal fertig ist aha start blasters aha aha da kann man auswählen aber das sieht schon ganz gut aus was wir da haben sieht auch natürlich nice aus ja wir bleiben wir einfach mal dabei hands was am hands 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 okay wir starten einfach mal so und ich denke jetzt geht es gleich los ja auch also eins eins kann man jetzt schon mal sagen so ist das so ja okay wir werden uns einzig mal jetzt schon sagen es sieht fantastisch aus fast schon fotorealistisch also wahnsinn ich war ich wage mich mal zu behaupten dass ich so eine geniale grafik auf der playstation 4 noch nicht gesehen habe gerade im shooter genre so geil also wahnsinn wer schießt da also das ist ja echt der burner aber ich muss jetzt echt aufpassen da kommen sie schon sagt den haben erwischt bohr bang wahnsinn es ist so geil also ich bin spätestens jetzt hätte ich es vorbestellt das ist ja der bohr geil soll die stormtrooper machen wir alle hier weg so wir müssen mal nachladen was macht denn jetzt rute die hand aus oder was so zack komm den haben wir auch noch weg jawoll genial wave 1 ist dann also die erste welle haben wir schon mal überstanden so denke wir müssen da zu unserem ziel jetzt kommen die wave 2 also die welle 2 quasi was ist denn da oben oder was bin ich blind hallo kann ich mich eigentlich wieder recover von meinem ich sehe sie jetzt gerade nicht wo sind die denn hallo wir gehen einfach mal da weiter sind die da oben hallo wo sind sie denn krieg ich das irgendwie auf der map angezeigt ja ich glaube schon ja aber dann da wird doch geschossen da so mal sagt man auch was werfen granat oder sowas oder ist aber ein bisschen hartnäckig ja aber die haben auch gewuppt bekommen enemy defeated jawohl das waren das für ein kollege okay können wir irgendwas schmeißen wow oh mein gott okay geil das hatte so ein bisschen destiny feeling können wir aber nicht immer raushauen ah ja dann lädt sie es wieder auf das jetpack alles klar wave 2 dann okay cool schauen wir mal und von der gesundheit sieht es immer noch gut aus alles klar quickly machen wir doch direkt also beeilen wir uns da ist er so was müssen wir hier machen ah ja die fände port alles klar was kommt da jetzt oder scheint was großes zu kommen wo sind sie denn okay oh mein gott mit den so mit den so gekillt ich weiß es nicht ja gleich mal hier in die offensive warum nicht ne kann man mal machen was ist wenn ich das hier macht bringt uns das was kann ich da irgendwo hat er da eine schwachstelle ich glaube ich habe schon ein bisschen was abgezogen er dafür umso mehr so haben wir mal wieder jetpack jetpack mal reinhauen was eigentlich mit l1 was hat das mit sich auf auf sich meine ich so zack ah guck mal da nice ja komm damit kriegen wir einen gewuppt aber wir müssen noch ein bisschen entdecken gehen weil wir haben hier nur 48 leben ist ein bisschen wenig und der kamerad hat noch auch ein bisschen was auf der hüfte so komm schon komm schon den kriegen wir doch jetzt gewuppt der muss doch jetzt mal hier muss doch jetzt mal hier ne muss er doch mal komm schon jetzt geh in die knie du dreck sack du sind da noch irgendwelche arschlöcher oh tschuldigung für den ausdruck ähm jetzt aber jetzt aber komm schon get on your knees bitch oh man und jetzt also ja okay jetzt aber hopp komm jawoll bam jawohl welle 3 gar kein problem für uns überhaupt kein problem so prepare for next wave alles klar sollen sie kommen sollen sie nur kommen ich muss mal besser auf die machen wir sind da das und hat man hat sich das immer nicht so genau also entschuldigt das weil mein mikrofon direkt davor steht hey was die alter aber jetzt mal ruhe hier jetzt mal kurz hier kurz fersengeld fersen fersengeld auch nicht schlecht da sind sie komm schon zack den haben wir weg ja der ist auch weg die anderen kommen von der seite ha siehste die haben sich noch gar nicht bemerkt aber jetzt zack so weg damit oder ist wieder einer der ein bisschen hartnäckiger ist aber wenn wir auf den kopf zielen müsste auch der irgendwann den geist aufgeben so wo geht es denn hier weiter noch drei enemies haben wir noch irgendwo ah da ist der eine zack komm komm ah so schön drüben geschossen sehr schön so so jetzt mal schauen was denn da oben das sieht doch interessant aus da können wir doch bestimmt was tun so hier einmal zweimal dreimal kenblaster für was auch immer er gut sein mag wir können auch was mit l1 und r1 machen probiere ich doch gleich mal aha aha hat mir gar nichts gebracht so hier rausch ach komm wo ist er denn direkt so zack jetzt lalalala so jetpack wollte ich jetzt gerade nutzen aber er macht nichts den kriege ich auch so zack wave 4 haben wir completed sehr schön gehen wir wieder da hin sammeln wir direkt die dinge ein nein prepare next wave alles klar all right wo ist denn der enemy warte mal ich will mal zu dem herz hier gehen irgendwas wird mir doch da angezeigt ok wo sind sie denn da kommen sie wieder ok 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 no problem for me so zack ah nein die haben aha die haben hier Schutzschild und so die Drecksäcke so wie kann ich denn das Schutzschild durchbrechen das ist jetzt wieder so eine gute Frage die ich mir stelle zack boah der ist aber weggeflogen oh jetzt fühlen wir aber ich muss mal böse aufpassen äh schnell 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 wir können irgendwas holen für was denn das gut keine ahnung i don't know so da vorne ist auch wieder was zum einsammeln machen wir direkt da gehst du weg so zack 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 die machen wir auch noch weg so ich frage mich wie viel äh wie viel Wellen es gibt das frage ich mich wirklich so wir wechseln mal hier können wir den damit weg jawohl so zack die haben wir auch weg jawohl und den machen wir damit auch noch weg ja komm schon jawohl haha sehr geil aber naja der lebt noch aber das gibt es doch gar nicht komm schon jawohl jetzt aber explodiert jawohl Welle 5 haben wir auch überstanden sehr schön sehr schön sehr schön wunderbar gefällt mir claim depart ja 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 so da war wieder ein Herz extra live sehr geil so oh müssen wir gedrückt halten jetzt kommt die Welle 6 ah da kommt wieder so ein Typ okay hm 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 wo ist er denn oh 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 ah da unten läuft er erst mal wieder runtergejumpt so warte mal wir wechseln glaube ich hier wieder die Waffe da ist das wieder besser effektiver definitiv wow müssen wir aufpassen weil da sind auch noch wegsäcke zack der ist weg ich glaube wir cleanen erstmal hier die Area vor den anderen äh bevor wir da den den großen hier machen so na komm schon spring hoch und dann kriege ich dich und dann jawohl einmal alter ganz ruhig ganz ruhig oh man ja die Welle ist schon ein bisschen heftiger das merkt man direkt so jetzt muss man wieder ein bisschen in äh wandung kommen pot lost was pot lost nein fuck 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 nein 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 so war das nicht geplant nein 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 zack jawohl sehr schön ähm Waffe wechseln so komm schon den kriegen wir auf jeden Fall gewuppt so hier sind aber irgendwelche ähm Arschgeigen noch Arschgeigen Stormtrooper komm schon komm schon oh oh so das müssen doch mal das muss doch mal hier jetzt wuppen oh 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 schnell schnell hier weg schnell weg schnell weg schnell weg so ich hoffe ich habe keine Gesichtsentgleisung bei bei Shooter bin ich immer sehr aufgeregt wenn es äh gerade brenzlig wird wobei noch sind wir äh sind wir ganz äh sind wir noch im grünen Bereich denke ich mal noch läuft alles ganz gut für uns so komm her komm her oh oh Gott kommt der gerade mal so um die Ecke der Dreck wieder drei Enemies noch wo wir ein Blatt machen müssen jawohl der ist aber der ist kaputt war da noch einer hinter uns I don't care I love it so na wo sind sie denn na wo sind sie denn so mal wieder mit dem Jetpack hier unterwegs also grafisch ist er um einiges besser als Destiny das kann man jetzt schon mal sagen das ist auf jeden Fall schon mal sehr sehr nice und ich bin echt auch mal auf die Story gespannt dass er jetzt nur hier so so Wellengedöns aber ja mein Gott ne hier kostenlos Beta oben Beta da wollen wir nicht motzen alles klar okay und jetzt thank you for playing alles klar haben wir jetzt halt die ganzen Wellen äh gewuppt alles super okay 15 Wellen gibt es insgesamt okay aber das gibt es dann im vollen Spiel ja aber das war schon mal nicht schlecht um da mal ein bisschen rein zu finden um das Ganze hier mal sich anzugucken ähm ja einen kleinen Eindruck konnte man gewinnen ja nicht schlecht ja wenn es euch gefallen hat lasst doch mal einen Daumen da oder schreibt das in die Kommentare ich werde mir auf jeden Fall auch noch die Multiplayer Karte anschauen aber das machen wir dann beim nächsten Mal wenn es dann wieder heißt Star Wars Battlefront Battle und diesmal der Multiplayer Teil dann bis zum nächsten Mal Ciao 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 Ciao